Sunova in Stefa ist ein führend international tätiges Unternehmen, das sich auf Hightech, Hör- und Funksysteme spezialisiert hat. Wir bilden Lernende in zwölferschiedenen Brüfe aus. Unsere Konstrukteuren entwerfen und konstruieren Werkzeuge für die Herstellung für Hörgeräte und Zubehör. Ich arbeite eng mit Ingenieuren und Entwicklern zusammen und habe die spannende Möglichkeit in alle Produktionsbereiche hineinzuschauen. Die Polymechaniker setzen die Pläne der Konstrukteuren um und fertigen mit modernen CNC gesteuerten Maschinen, Werkzeuge und Gerätdetail für die Hörgerätproduktion. Unsere vielen Hightech-Produkte benötigen höchste Präzision. Ich fertige präzise Gehäuse und Clean Stylius-Kunststoffe und arbeite mit hochmodernen und computergesteuerten Spritzgussmaschinen in Spritzgussformen. Dynamisch, modern, spitzenbetrieb sind Schlagwörter, die bei der Sunova-Gruppe auch wirklich mal zutreffen und nicht nur leicht blablabla ist. Das merkt man auch bei den Elektronikern. Sie entwerfen, berechnen und bauen in Zusammenarbeit mit anderen Fachleuten elektronische Schaltungen und Geräten. Montieren, messen, testen, protokollieren, berechnen und programmieren gehören zu meinen typischen Tätigkeiten. Dabei hilft, dass sich sofort ins Team integriert wird und mit hochspezialisierten Geräten arbeiten darf. Wartung von Gebäuden und Aussenanlagen, Überwachung von Haustechnik und kleinere sanitäre Elektro- und Lüftungsreparaturen gehören zu den typischen Arbeiten vom Fachmann Betriebsunterhalt. Der Umgang untereinander ist locker und unkompliziert. Durch die Betriebsgrösse erhalte ich eine vielfältige und gut fundierte Ausbildung und kann früh selbstständige Sachen machen. Auch für Logistiker haben wir eine Ausbildung und demnächst auch für Mediomatiker. Schon während meiner Lehre kümmere ich mich um das gläubliche Wohl meiner Kollegen. Hier in der Vornecke habe ich die Möglichkeit, in Praxis und Theorie viel zu lernen. Ich entwickle Informatikanwendungen, wie sie bei der Sonova täglich benutzt werden. Das meistens im Team mit unterschiedlichsten Fachleuten in einem internationalen Umfeld. Ich bin Experte für Gesamtlösungen. Dazu gehört Aufbau, Integration und Wartung von komplexen Informatiksystemen, Installation und Unterhalt des Netzwerks, sowie Geräteinstallationen und Softwareinstallationen. Ich bin der erste Ansprechpartner für Störungsmeldungen. Die Behebung von einem Gefählern an PC-Arbeitsplatz und Unterstützung und Support für Benutzer im Umgang mit unseren Systemen. Man kann hier viel lernen und Neues herausfinden, muss dafür aber einiges studieren. Wir bekommen eine super Grundausbildung und durch das innovative Umfeld bleiben wir nie stehen. Wir arbeiten hier direkt am Puls der Entwicklungen und Innovationen. In der kaufmännischen Ausbildung ist man in vielen verschiedenen Bereichen tätig. Buchhaltung, Marketing, Einkauf, Personalabteilung, Export und so weiter. Ich kann hier viele Erfahrungen sammeln und herausfinden, was mir am meisten gefällt. Und wann darf ich dieses Unternehmen persönlich zeigen? Bedankt. Und wie Ela war –